16. Februar 2009. Extrembergsteiger Thomas Hammann aus Forst Cottbus nähert sich dem Photopoint. Hinter ihm der Hinterbrand-Eisfall, zu ihm bezogen, in einem Kampf zwischen Mensch und Natur. Was sagt der Meister dazu noch zusammenfassend und guckt bitte mal in die Kamera dabei? Sag was. Nicht hauchen, sag was. Liebe Frau Hermann, was hat Ihnen denn Ihr Sohn Thomas eigentlich erzählt, wo er hinfährt? Egal, wir lesen mal dieses Schild, gehen mal ein paar Meter weiter, gucken wir mal schön in die Winterlandschaft und dann, wenige Meter neben dem Schild, gucken wir mal das Tal. Und siehe da. Er ist also, um das mal ganz deutlich zu sagen, nicht in einer Lawinenrinne. Aber mit etwas Glück schafft er es hier raus, bevor die Lawine kommt. Ja, am Schnaufen merkt man, dass der Aufstieg von Wasserfällen noch ziemlich anstrengend ist. Ja. Wenn das nicht ein Bild ist, ist, wie vor dem Mount Everest. Schön Drei, wa? Ich habe gerade einen Filmfeld der Mutti gedreht. Damit die auch wäre es in was für einem sicheren Gelände. Sicher so ein Weg. Und willkommen auf dem Weg.